Es sind immer wieder Menschen dabei, über die machen wir sich mehr Gedanken als über andere. Da überlegt man sicherlich, wie geht es für den jetzt weiter. Allerdings muss man auch sagen, wenn wir mit den Leuten im Flieger sitzen, dann sind gerichtliche Entscheidungen gefallen und dann muss man einfach einmal das eine vom anderen trennen können. Ich denke, wenn jemand im Flieger ist, hat er keinen Krim. Und was erwartet von ihm ist, dass er alle diese Dinge macht. Er hat keine Probleme, er hat keinen Krim. Ich persönlich versuche, das möglichst wenig an mich heranzulassen. Also es ist zum einen, denke ich mir schon immer, der meint ja nicht mich, der meint ja eher die Figur des Begleitbeamten, die Figur des Polizisten oder vielleicht sogar in meiner Person den deutschen Staat, auf den er irgendwie vielleicht schlecht zu sprechen ist, weil er jetzt das Land verlassen muss. ...